Ja, was ist das jetzt die... Welche Schlacht ist das? Ich hab's jetzt nicht vergessen. Ist mir egal. Bam, Granaten werfen, die nicht rollen, weil die so cool sind. Nein, du stirbst jetzt gleich nicht, du Idiot. Nein, da liegt jetzt gerade keiner, wo mich sieht. Und da kommt auch keiner. Nachladen wird. Äh, ich finde ja immer schön, wie das so... Da hinten, das geschützt gemacht ist. Immer voll in irgendeine Richtung, wo überhaupt kein Helikopter ist. Ja, das ist super. Ach, da haben wir einen, hä? Haben wir so einen Kameraden. Ja, geh durch, da wird sie fix. Ach, ja. Ein ganz normaler Tag morgens, halb zehn auf einer Brücke, wo irgendwie Krieg ist. In welchem Land sind wir eigentlich? Spanien oder wo sind wir eigentlich? Ist mir egal, wo ab Ballergranaten. Stirb. Nein. Arzifix, spring einfach, du Idiot. Nee, man kann ja nicht. Visieren und springen gleichzeitig, das wäre ja Multitasking. Das können bloß Frauen. Das kann Rihana, aber ich kann das nicht. Was? Kniegt jetzt er mit dem Hintergrund vor mir, hey. Was soll denn das jetzt? What the fuck? Wo ist denn jetzt der Gegner? Der Feind? Verstärkung trifft ein. Linke Seite verteidigen. Linke Seite? Welche Plattform? Wer in euren Sektoren knallt jeden Nock? Es geht nicht. Die Linie halten. Ach, da sind noch Feinde hier oben. Ach so. Ja, geh weg, zwei fix. Du siehst, dass ich hier bin? Was ich auch überhaupt nicht leiden kann. Die Kanonen haben FFE. Ich kann sie so umprogrammieren, dass sie unsere Flugzeuge für Verbündete halten. Auf Englisch? Wir setzen ihre eigenen Kanonen gegen sie ein. Sie haben zwei Minuten. Dann zu den Knie. Warum jetzt auf Englisch? Jacob's Rihana deckt Hopper. Hopper. Die Rücken von rechts vor. Arsch. Das hat mich gerade nicht fast rumgebracht. Warum können die mich treffen? Was soll denn die Scheiße? Ja, schießen die durch den Boden da hier oder was? Was soll denn das? Zivix. Zivix, Zivix, Zivix. Das war mein Knochen knacksen. Moment, die Kanonen haben FFE. Ich kann sie so umprogrammieren, dass sie unsere Flugzeuge für Verbündete halten. Auf Englisch. Englisch? Wir setzen ihre eigenen Kanonen gegen sie ein. Und jetzt auf Japanisch. Sie haben zwei Minuten, dann sprengen wir. Jacob's Rihana deckt Hopper. Rechte Seite, rechte Seite! Nein, da oben, da oben. Ach, der ist schon tot, deswegen kann ich den mal schießen. Da haben wir einen und da haben wir einen und da haben wir gar nichts. Trellung, Stolz, ne? Ah. Ich habe gerade C4 gelegt, hey, Zivix. C4, Zivix. Eine Minute halte ich nicht mehr aus, glaube ich. Komm schon, komm schon. Geh weg. Oh. Was ist denn das für eine Gay-Granaten-Warnung? Hey, die blinkt ganz schwach noch und ich werde getötet. Ist das ein Arm oder runterhängen? Ich kann das Bild nicht erkennen. Egal. Also, jetzt nochmal die heitere Dinge. Moment, die Kanonen haben FFE. Ich kann sie so umprogrammieren, dass sie unsere Funktionen zur Verfügung steht. Das wissen wir schon, Jackie Chan. Auf Englisch? Wir setzen ihre eigenen Kanonen gegen sie ein. Sie haben zwei Minuten, dann sprengen wir. Hallo, stirb. Was jetzt auch hilfreich wäre, wäre jetzt so ein Relaxo. Das könnten wir da vorne hinsetzen. Das Relaxo ist so ein ganz großes, böses Pokémon. Das ist ganz schläfrig. Das ist cool. Gut, jetzt kacke ich mich gleich voll, weil ich keinen Bock mehr auf die Scheiße habe, wenn ich hier 50 Mal zusammengeknickst wäre. Äh, umgeschossen werde. What the fuck? Ich könnte mich einfach hinlegen und das war's. Okay, ich lege mir hin. Äh, jetzt bin ich ganz mutig und lege mich hin. Nein, müssen wir nicht. Ich habe hier alles unsere Kontrolle. Das verbindet, ja. Das verbindet auf jeden Fall. Irgendwo Granaten hinschmeißen ist völlig egal wo. Scheiße. Wir könnten einfach gleich springen, mein Gott. Was hat er da? Hallo, ich habe dich gerade umgebracht, mein Gott. Ein Passwort, ein Passwort. Äh, keine Ahnung. Hustenhaft. Äh, ich meine, sußenhaft. Ja, gespeichert. Was? Yeah, Neustart. Die Batterie? Verstand, Jäger, starten sofort. Okay, die Harrier. Mist, sie kommen von überall. Ein Verbündeter, Juker, ich verbinde. KfW-A-Pater, Corona-Nähe, sich ihre Position. Ein, das ist Juker, im Fuß. Ah, jetzt haben wir schon besser. Ja, das ist nochmal... Ja, das ist geil, hey. Sieh, guter Treffer. Natürlich, war auch mein Treffer. Ich ziele ja auch deswegen. Noch einer erledigt, gute Fuß. Ich weiß. Yeah, das ist cool, okay. Also, das Spiel hat schon seine schönen Seiten. Doch, das hat schon seine echt schönen Seiten, aber... Halt auch doch seine dämlichen, nervigen. Die mir jetzt zwar nicht einfallen, aber das gibt's auch. Wir müssen hier sofort weg. Ach, was. Hamvi? Was ist ein Hamvi? Warum fährt immer? Ja, ich bin Helikopter. Ich bin, ich meine, ich bin Flugzeug. Ich bin Helikopter, meine Fresse. Nein, ich bin Pilot. Ich kann den steuern. Mach das nicht zu, hey. Warum muss ich immer hinten oder oben drauf? Das ist am sichersten, oder? Ja. Äh, das ist da viel zu schnell. Das ist mal so ein Punkt. Das ist viel zu schnell, die Scheißsteuerung hier. Das kann man überhaupt nicht. Das kann man Scheißdreck steuern, kann man das. Weil man überhaupt nichts sieht, was irgendwo wo ist oder so. Ja. Täuschkörper einsetzen, tot. Meine Fresse. Meine Fresse. Ja. Oh mein Gott. Ich könnte da Ding dran heften. Bis jetzt die vier. Hehehe. Bringt zwar überhaupt nichts, aber ist egal. Das schaut cool aus. Dann denken gleich, die wir fahren immer rückwärts. Habe ich irgendwas anderes oder so? Habe ich irgendwas anderes oder so? Ja, wascht schon. Ja, wie sind denn die Scheiß-Täuschkörper? Aber auf G ist es nicht. Auf der Täuschkörper-Taste ist es auch nicht. Meine Fresse, ey. Und sowas, sowas, sowas haut es wieder runter, den Spielspaß. Das ist so ein Ding, wo man sagt, nein, warum kommt keine Taste und irgendwelche Scheiße? Und voll dämlich, ne? Also, das ist mir ein Bicci zu viel. Ich sehe überhaupt nichts. So, was ist jetzt die berühmte, äh, Ding-Taste? F! Ja, jetzt haben wir es. Man muss F drücken, das stand aber gerade nicht da, ne? Warum hat jeder so einen Scheiß-Goliath? Und warum bin ich gerade einfach so gestorben die ganze Zeit? Wo ist denn jetzt der Hambi? Äh, ich meine der Goliath. Oh, mein Gott, wo ist er denn jetzt? Das ist dämlich, das ist beschissen dämlich, sowas. Weil, so, das gab's schon mal in dem Spiel irgendwie. Das ist so unglaublich scheiße.